Ich bin Jamal Lugman, 22 Jahre alt. Ich spiele seit drei Jahren bei Corley. Ich bin Martin Werner. Ich spiele auch seit drei Jahren bei Corley und spiele im Eben-Sieh-Mann-Frit. Auf jeden Fall, was hast du gesagt? Ja, ich hab dich gemacht. Ja. Ich sag mal, Sonny Boy. Ja. 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 Hvad? Hvente du? Ja, bitte hoffet du. Ja, das ist ja das ist ja das wäre ich gar nicht wahr. Du hast eine Glatze deswegen, ne? Ich brauch meine Haare nicht. Was? Junge, du bist so... Nein, nein. Kann ich sagen. Das ist auf jeden Fall so. Aber... Das ist schwierig. Digga, wir sind auch immer schlecht. Du hast keine falsche Bescheidung, Heinz? Doch, wenn du unterwegs bist. Das ist ein Versuch, wenn du unterwegs bist. Das ist ein Versuch. Das ist ein Versuch. Das ist ein Versuch. Was? Guck mal. Ja. Hat gefällt mir! Ja! Schau mal! Ja, so sieht's aus. Einmal? Ja, danke. Nee. Du hast noch niemanden herangefasst. Das ist ja unvermanchiert. Wie viel hast du? Wer hat das? Wohl. Okay, jetzt mal. Das hält mir noch mal aus. Das sieht man jetzt grad nicht, aber... ...gele zwei Wochen. Okay, drei Wochen. Ich gehe jetzt selbst. Okay, okay. Alles klar. Danke. Okay, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.